B-Rush Hör doch einfach meinem Atmen zu Du kannst auch mit uns reden, wir müssen hier jetzt taktisch agieren Auf B-Rush, ihr Fatzen, bewegt euch! Jawoll! Let's go, my brothers! Wir Brüder im Koran! Jetzt sind es keine Kameraden mehr, jetzt sind es Brüder oder was? Ja, jetzt sind wir Brüder, Brüder im Koran! War Kameraden zum Mainstream oder was? Nein, wir kämpfen jetzt für alle Das ist ein bisschen alles jetzt Covern, covern, covern! Da ist noch eine! Am Tor Oh, was zum! Eine oben bei der Luke Kappen! Na, der kleine Richtigste Komm schon, komm schon, komm schon, Hulli! Nein, nein, das wird nichts Zu zweit, ey Nein, nein Hat er keine Chance Die wieder die Hand da drüber hält Uh! Uh! Er benutzt die Macht Er benutzt die Macht zum entschärfen Herr Bomber Die Macht hat aber besucht Apropos